Hallo liebe Zuschauer, ich habe mehrere Kommentare und E-Mails bekommen, in denen ihr mich darum gebeten habt, das neue Video von Herrn Bhakti anzuschauen. Ich habe die geplanten Videos über Frau Dr. Petra Pracht verschoben, um diesem Wunsch nachkommen zu können. Man muss Herrn Bhakti wahrscheinlich niemandem vorstellen, aber von diesem Verein habe ich bisher noch nicht gehört. Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Das klingt zwar vielversprechend, aber im Vorstand findet man niemanden, der von diesem Thema so richtig Ahnung haben könnte. Die Liste der Mitglieder ist auch ziemlich bunt. Ich kann die Kritik, die auf der Webseite der Tagesschau geäußert wurde, ziemlich gut nachvollziehen. Aber gut, das ist nicht so entscheidend, lasst uns lieber das Video angucken. Herr Bhakti zeigt uns eine vereinfachte Darstellung des Immunsystems und erzählt sehr oberflächlich von Antikörpern, IgA, IgM und IgG. Ich habe die erste komische Anmerkung bereits nach zwei Minuten gehört. Dann sind diese Antikörper schützend. Zumindest schützen sie in einem Experiment außerhalb des Körpers. Wenn man Zellen hat, das Virus dazugibt, die Antikörper dazugibt und sieht, dass die Zellen nicht mehr infiziert sind, dann spricht man von schützenden Antikörpern. Das sind die Antikörper, die man herstellen lassen will durch die Impfung. Aber das funktioniert nicht nur in Experimenten außerhalb des Körpers, sondern auch im Körper genauso. Antikörper aber sind, was Luftwegs-, also Atemwegsinfektionen anbelangt, grundsätzlich auf der falschen Seite der Mauer. Denn die Antikörper sind im Blut und die Viren kommen aus der Luft. Und im Luftraum, in den Bronchien und vor allen Dingen ganz tief unten, in den tiefsten Teilen des Atemweges, da gibt es praktisch keine Antikörper. Keine Antikörper in den Atemwegen? Ausgerechnet ist die Lunge, die für den Gasaustausch verantwortlich ist, ist ein Organ mit einer sehr guten Durchblutung. Und vor allem die ganz kleinen Atemwege liegen eng an den Blutgefäßen. Das ist ein Bild einer Alveole, der kleinsten Einheit der Lunge. Hier findet der Gasaustausch statt. Eine Alveole hat eine Wand, die aus einer einzigen Zellschicht besteht. Diese Zellen liegen direkt der auch aus einer einzigen Zellschicht bestehenden Wand des benachbarten Blutgefäßes an. Wenn sich im Blut Antikörper befinden, kommen sie hier sehr wohl an. Die Alveolen und auch die gesamte innere Oberfläche der Lunge sind außerdem mit Epitelzellen ausgekleidet. Diese Epitelzellen können immunkompetente Zellen rekrutieren und sowohl die angeborene als auch die erworbene Immunität aktivieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Impfung führt nicht nur zu einer Antikörperbildung, sondern aktiviert auch die zelluläre Immunität. Es werden nicht nur B-Zellen, die die Antikörper bilden, sondern auch die T-Zellen aktiviert. Die Mauer, über die Herr Bhakti spricht, besteht aus diesen zwei Zellreihen. Das ist nicht gerade eine unüberwindbare, feste Struktur. Antikörper von IgG und IgM-Typ befinden sich nicht hier an der äußeren Zelloberfläche. Das stimmt. Sie sind hinter der ersten Zellreihe im Blut. Es gibt hier aber keine echte Mauer und es ist absolut falsch zu behaupten, dass Antikörper im Blut nicht überall schützen würden. Wenn das Virus hier auftaucht, wird es sehr wohl durch Immunzellen und Antikörper eliminiert. Auch die kleinen Atemwege sind nicht ungeschützt. Es gibt viel häufiger virale Infektionen der oberen Atemwege als virale Lungenentzündungen. Und genau das kann man mit einer Impfung verhindern. Man hat das bereits bei der Influenza und jetzt auch bei Corona gesehen. Viren verändern sich schnell und das Immunsystem muss darauf jedes Jahr reagieren. Deswegen können uns Viren immer wieder infizieren. Wenn man sich impfen lässt und dadurch seine Antikörperdatenbank auf dem neuesten Stand hält, wird man mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit krank. Im nächsten Segment erzählt er, dass das ganze Konzept der Impfung gegen das Coronavirus falsch sei. Und er will auf eine sehr komische Art beweisen, dass die Impfungen praktisch nichts bringen würden. Man muss das Virus entweder hineingeben in den Körper und gucken, wann Antikörper kommen. Oder man gibt die Impfung, den Impfstoff und guckt, nach wie vielen Tagen oder Wochen kommen die Antikörper nach der Erstimpfung. Und diese Frage wurde beantwortet in vier Publikationen, die im Juni erschienen sind. Von vier verschiedenen Arbeitsgruppen auf der Welt. Nein, die waren alle in den USA. Und alle haben das gleiche Ergebnis bekommen. Halleluja. Völlig klar. Sie haben jeden Tag Blut abgenommen, um zu sehen, wann schickt das Immunsystem die Antikörper ins Blut. Und sind das IgM Antikörper, ja oder nein? So, was glaubt ihr, was sie gefunden haben? Wer glaubt, dass sie IgM Antikörper gefunden haben? Wer glaubt, dass sie nicht IgM Antikörper, sondern IgG Antikörper gefunden haben? Bravo. Herausragend. Nach fünf bis zehn Tagen hatten alle, praktisch alle, IgG und IgA Antikörper im Blut. Es gab weniger Ausgaben. Ich verstehe diese Grafik überhaupt nicht. Die Immunantwort auf eine neue Infektion läuft grundsätzlich immer gleich ab. Viren dringen ein und das Immunsystem reagiert schnell mit IgA und IgM Antikörpern. Diese Antwort klingt in ein paar Wochen ab und nach etwa zwei bis vier Wochen steigt die Menge an IgG Antikörpern an. Die ersten Antikörper sind also IgM und IgA. Später kommt IgG dazu. Solange IgG Antikörper im Blut persistieren, ist man von einer erneuten Infektion geschützt. Mehr und länger persistierendes IgG bedeutet einen längeren Schutz. Wir wissen noch nicht genau, wie lange das IgG bei Corona bleibt. Daher diese Fragezeichen hier. Nach fünf bis zehn Tagen hatten alle, praktisch alle, IgG und IgA Antikörper im Blut. Es gab weniger Ausnahmen, die kamen ein bisschen später, aber als sie kamen, waren es auch IgG und nicht IgM. Es war ein Recall, es waren Zweitantikörper. So, liebe Leute, dieses bedeutet, dass das Immunsystem das Virus erkannt hat. Dass das Virus nicht neu ist. Das ist das, was wir seit Monaten sagen. Herr Bakhti möchte mit Hilfe seiner falschen Grafik erzählen, dass das Immunsystem der Weltbevölkerung das Coronavirus schon lange kennen würde. Es wäre nichts Neues und eine primäre Immunisierung, also eine Impfung, daher komplett sinnlos wäre. Als Beweis nennt er einige Studien, die angeblich gezeigt hätten, dass Geimpfte nicht IgM, sondern IgG-Antikörper entwickelt hätten. Das würde bedeuten, dass das Immunsystem bereits Gedächtniszellen gebildet hat und gleich mit IgG antworten kann. Denkt an die Grafik, die ich gezeigt habe. Bei einem Erstkontakt sollten IgM und IgA als erstes kommen. Der IgG-Spiegel könnte nur dann ganz schnell ansteigen, wenn das Immunsystem bereits eine fertige Rezeptor gegen das Virus hätte. Seine Behauptung stimmt natürlich nicht und ich kann das sehr einfach beweisen. Ich musste dazu nicht mal irgendwelche neuen Studien raussuchen, nur seine verlinkten Studien lesen. Das ist seine erste verlinkte Studie. Sie haben die IgA- und IgG-Werte gemessen. Sie haben keine IgM-Werte untersucht und konnten daher selbstverständlich kein IgM finden. Sie haben festgestellt, dass die IgG-Werte nach 21 Tagen das Maximum erreichten. Nach der zweiten Impfung wurde den Spitzenwert bereits nach 7 bis 10 Tagen erreicht. Die 21 Tage, also die Reaktionszeit nach der ersten Impfung, sind also typisch für eine primäre Immunreaktion, einen Erstkontakt mit dem Virus. Die Tatsache, dass die Reaktionszeit nach der zweiten Impfung deutlich schneller ist, spricht auch dafür, dass die erste Impfung dem Erstkontakt entspricht. Die Probanden in dieser Studie hatten offensichtlich keinen Kontakt mit dem Virus und wären ohne Impfung nicht geschützt gewesen. Kann auch nicht neu sein. Wieso? Naja, weil die Coronaviren alle sehr ähnlich sind. Ähnlich ist nicht gleich. Nur weil die verschiedenen Coronaviren ähnlich sind, heißt es noch nicht, dass man nach Kontakt mit einem Virus aus der Virusfamilie eine Immunität gegen die ganze Familie erwerben kann. Es reicht eine kleine Veränderung im Spike-Protein und die Antikörper verlieren ihre Wirksamkeit. Man kann sich jedes Jahr mit dem gleichen Virus infizieren, da Viren sich stets ändern. Wie kann man also als studierter Mediziner sagen, die Coronaviren sind alle ähnlich und in Anbetracht der Impfung sogar gleich? Und das sagt er doch, wenn er behauptet, dass man schon Antikörper hätte, da man mit anderen Coronaviren sowieso Kontakt hatte. Weil die Coronaviren alle sehr ähnlich sind. Und damit fällt die ganze Grundlage für die Impfung zusammen. Wie kann man so eine wagemutige Behauptung anhand der hier präsentierten falschen Fakten äußern? Wie kann man eine Studie verlinken, die genau das Gegenteil von dem beweist, was man erzählt? Oder noch nicht. Es ist noch nicht ganz zusammengebrochen. Es würde zusammenbrechen, wenn gezeigt werden könnte, dass nach einer echten SARS-CoV-2-Infektion auch eine IgG-Antwort kommt. Richtig? Nicht nur nach der Impfung. Aus Dänemark erschien Mitte Juni genau die Arbeit, die das gezeigt hat. Völlig unzweideutig. Nur eine kleine Randnotiz. Es gibt keine SARS-CoV-2-Infektion. SARS-CoV-2-Infektion. Es gibt eine SARS-CoV-2-Infektion oder es gibt die Erkrankung Covid. Ja, ich weiß, dass dieser kleine Kritikpunkt nicht so entscheidend ist, aber ich wollte etwas den hier bald tobenden Querbänkern geben, woüber sie sich in den Kommentaren aufregen können. Und jetzt lasst uns mal sehen, was genau diese dänische Studie so völlig unzweideutig gezeigt hat. Und dann haben sie das gemacht. Sie haben geguckt, was für Antikörper kamen. Und sie haben das relativ rasch nach der Genesung. Also die Leute, die keine Symptome hatten und nicht im Krankenhaus waren, waren zu Hause. Nachdem das PCR-Test negativ war, innerhalb von zwei bis zehn Wochen danach, haben sie Blut entnommen und geguckt. Ausnahmslos, 202 aus 203 hatten IgG und IgA-Antikörper. Und das bedeutet, dass auch wenn das Virus nur in die Nase reinkommt, in den Rachenraum, man wird überhaupt nicht krank. Weißt das, weil das Immunsystem, das ist ja wie die Katze. Die Katze hier, noch ab. Es wird erstmal mit reichlichen Quellenangaben gesagt, dass eine Corona-Infektion bekannterweise erstmal eine IgM, später eine IgG-Antwort auslöst. Genauso, wie man das erwartet und kennt. Von den Probanden wurden frühestens zwei Wochen bis spätestens zwölf Wochen nach der Genesung Blutproben entnommen. Das ist die Zeit, in der die IgM-Werte bereits sinken und das IgG steigt. Diese Studie wollte lediglich untersuchen, ob man nach einer Erstinfektion eine ausreichende Immunität erlangt. Deswegen wurde vor allem nach IgG geguckt. Sie haben noch IgA gemessen, aber kein IgM. Sie haben also selbstverständlich nur erhöhte IgG- und IgA-Werte gesehen, aber nur deswegen, weil sie nichts anderes gemessen haben. Was die Studie letztendlich gefunden hat, ist das. Insgesamt zeigen unsere Ergebnisse, dass die Mehrheit der Patienten eine robuste und breite, sowohl humorale als auch zelluläre Immunantwort auf SARS-CoV-2 entwickelt hat. Eine durchgemachte Erstinfektion sollte also in der Mehrheit der Fälle eine Immunität generieren. Impfungen sollten diese Erstinfektion verhindern, da wir anhand der bisherigen Daten wissen, dass diese Erstinfektion ziemlich gefährlich werden kann. Bleiben wir bei dieser Studie. Sie sagt, dass bereits mehr als 2,4 Millionen Menschen an Corona verstorben seien und deswegen sollten wir impfen. Es ist mir ein Rätsel, wieso Herr Bhakti ausgerechnet diese Studie missbrauchen kann, um seinen falschen Punkt zu beweisen. Weiß das, weil das Immunsystem, das ist wie die Katze. Die Katze hier und die Katze kann eine Maus vor der Tür schon ahnen. Da ist die Maus und die Katze, die kann sich schon raus, kommt die Maus rein. Und deswegen wirft das Immunsystem sofort die Antikörper ins Blut hinein, denn das weiß nicht, dass es auf der falschen Seite der Mauer ist. Das weiß es nicht, aber es funktioniert. Es funktioniert. Wie das funktioniert, das brauchen wir jetzt nicht zu besprechen. Nö, auf keinen Fall. Das brauchen wir hier nicht zu besprechen. Im Ernst? Ich hätte schon gerne gesehen, wie dieses Gedankenkonstrukt in sich zusammenfällt. Aber klar, wenn man weiterredet, wird irgendwann mal auch dem Laienpublikum klar, was für eine schwache Performance das hier ist. Die haben es gezeigt. Das ist die beste Nachricht des Jahres. Weil damit ist klar, dass die Impfung niemals etwas Positives bewirken kann. Das Immunsystem hat schon dafür gesorgt. Nicht das Immunsystem. Irgendjemand da oben regelt dieses Immunsystem. Das Immunsystem ist nicht wie ein dummer Mensch, der rumläuft mit der Tasche voll Geld. Herr Bhakti, würden Sie das auch den Familien der 2,4 Millionen Toten sagen? Es ist unglaublich, dass jemand, der nicht mal begreift, was IgG und IgM sind, jemand, der nicht hinkriegt, eine Studie zu lesen und zu verstehen, erklärt, warum die Impfungen nicht funktionieren würden. Tja, stattdessen sollte man an Gott glauben. Viel Glück damit. Die eine Gruppe hat auch gezeigt, dass wenn man impft, das erste Mal, okay, jetzt passt es sehr gut auf, es dauert ungefähr eine Woche, fünf bis zehn Tage, da kommen die IgG-Antikörper. Und die gleiche Gruppe zeigte, dass wenn man dann nach zwei bis drei weiteren Wochen die zweite Impfung macht, dann schießt das in die Höhe. Das ist eine sehr schlechte Nachricht. Das ist eine fantastische Nachricht. Das ist genau das Ziel der ganzen Impfungen, einen hohen IgG-Wert zu erreichen. Ein hoher IgG-Wert bedeutet einen guten Schutz. Und das ist wirklich eine schlechte Nachricht für Menschen, die genau das Gegenteil beweisen wollen. In den nächsten Minuten erzählt er, wie seiner Meinung nach Thrombosen nach der Impfung entstehen könnten. Dabei vergisst er aber zu erwähnen, dass eine ganz normale Corona-Infektion auch zu Thrombosen führen kann, sogar deutlich häufiger als eine Impfung. Mit der Impfung kann man das Thromboserisiko deutlich senken. Wenn die Spike-Proteine zu Thrombose führen können, dann führt natürlich auch das Virus zu Thrombosen, da das Virus voll mit Spike-Proteinen ist. Es ist etwa so, als würde er sagen, dass Airbags und Sicherheitsgurte in Autos nichts bringen würden, da es trotzdem tödliche Autounfälle gäbe. Ja, das stimmt, aber deutlich seltener als ohne Airbags und Sicherheitsgurt. Ein Kletterer kann trotz Seil abstürzen und sterben. Sollte man also ohne Seil klettern? Aber wenn man das zweite Mal impft, überlegt euch das mal, hier kommt es wieder rein. mRNA wird aufgenommen und jetzt werden die Spikes produziert in ein Meer von Antikörpern. Was für ein Horn. Es ist ein so schrecklicher Gedanke. Dieser ganz schreckliche Gedanke beschreibt eine Akutreaktion. So wie er das erzählt, müsste praktisch jeder Mensch, der eine zweite Impfung bekommen hat, innerhalb von wenigen Tagen elendig sterben. Und das ist der Grund, weswegen es jetzt beim zweiten Mal immer unweigelig, es ist no escape, there is no escape. Dort, wo die Spikes produziert werden, wird diese Gefäßwand abgeschossen. Und zwar ist es nicht mehr ein Kratzen, sondern es ist ein Schießen. Es sind nun mehr als eine Milliarde Menschen weltweit geimpft. Warum leben sie noch? Warum wurde dieses Horrorszenario von Herrn Bakhti nicht wahr? Wie viele Millionen, Milliarden müssen noch geimpft werden, bevor diese Menschen verstehen und zugeben, dass ihre Wahnvorstellungen einfach falsch sind? Ich habe eigentlich dieses Zaubergeschoss des Komplementsystems beschrieben. Das war 1978, eine meiner ersten Arbeiten. Und dann binden die Antikörper an diese Spikes. Und das ist der Trigger für das Komplementsystem. Und ein Komplementsystem schießt mit einem Maschinengewehr. Ich denke, an dieser Stelle darf ich auf den Begriff Fachidiot hinweisen. Wie schreitst du ihn? Ich möchte nicht abstreiten, dass Herr Bakhti möglicherweise sehr viel Ahnung vom Komplementsystem hat. Er ist aber in seiner kleinen Welt genauso gefangen wie die Frau Schmidt-Krüger. Er sieht das ganze Bild einfach nicht. Er ist mit seinem Komplement beschäftigt und versteht offensichtlich nicht mal, was IgG und IgM bedeuten. Er versteht offensichtlich nicht, dass das Komplementsystem nicht das Zentrum der Universum ist, sondern ein kleines Teil eines hochkomplexen Organismus. Man kann nicht nur Zellkulturen, Gewebestücke und Grafiken studieren. Man muss die Menschen sehen und man muss die Evidenz im Gesamtkontext auswerten. Und dazu braucht man auch eine klinische Sichtweise. Ja, eine Thrombose kann bei jedem Geimpften oder Infizierten auftreten. Es kommt aber sehr selten vor. Das bedeutet, dass auch Gegenregulationsmechanismen im Spiel sein müssen, die die potenziell schädliche Wirkung des Komplements aufheben. Man kann nicht einfach eine Milliarde glücklich geimpfte Menschen einfach ignorieren und immer noch auf sein kleines Whiteboard-Zeichen und Menschen erklären, dass sie noch diese Grafik eigentlich nicht leben dürften. Das ist eine Horrorvision. Weil, ich nehme mir vor, das ist ein Blutgefäß in der Leber. Autoimmunkrankheit, das ist die Genese von Autoimmunkrankheiten. Und wir sehen jetzt, jeder Arzt, die die zweite Impfung macht, gibt eine Spritze rein, die das Potenzial hat, in allen Organen des Körpers, inklusive Gehirn, Herz, Ovarien, ja, überall Autoimmunangriffe auszulösen. Er behauptet, dass durch die Impfung eine Autoimmunerkrankung entstehen würde. Und das ist falsch. Körpereigene Zellen werden nach der Impfung nur getötet, weil sie ein Fremdprotein, das Spike-Protein, präsentieren. Eine Autoimmunerkrankung besteht erst dann, wenn das Immunsystem körpereigene, normale Proteine als fremd erkennt. Und das ist nach der Impfung natürlich nicht der Fall. Das sind Fremdproteine, die als fremd erkannt werden und nicht körpereigene Proteine, die als fremd erkannt werden. Nach dieser Logik müsste man eigentlich jede einzelne Virusinfektion, manche bakterielle und parasitäre Erkrankungen, auch als Autoimmunerkrankung bezeichnen. Das ist bizarr. Dieses ganze Video ist einfach bizarr. Das ist voll mit Falschaussagen, mit Fehlinterpretationen und mit unwahren Tatsachenbehauptungen. Dieses Video verdient keine weitere Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich ein bisschen helfen konnte, die Probleme klarzustellen. Ich muss jetzt dringend an die frische Luft. Diese Videos machen mich wirklich krank. Danke fürs Mitleiden. Wir sehen uns bald wieder.